Damit es vernünftige Internetgeschwindigkeiten in Studentenwohnheimen gibt, gibt es selfnet, aber ich mag jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Genau, viel Spaß. Bei dem Talk. Hallo, das ist Sebastian, ich bin Lukas und wir erzählen euch heute ein bisschen was dazu, wie über selfnet das Internet zu den Bewohnern der Wohnheime kommt. Erstmal fangen wir mit so ein paar allgemeinen Dingen an. Ja, also selfnet steht wenig überraschend für selfnetwork. Den Verein gibt es schon seit 1999, also jetzt 23 Jahre. Und ja, als Verein stellen wir letztendlich ein Netzwerk für die Studierendenwohnheime in Stuttgart bereit und ermöglichen damit den aktuell 6700 und ein paar kaputten Mitgliedern. Also ich habe es extra heute nochmal nachgeguckt. Ja, recht schnelles Internet könnte man wohl sagen. Und recht schnell heißt in dem Fall, dass jedes Mitglied auf dem Zimmer bis auf eine Ausnahme in einem Wohnheim ein Gigabit symmetrisch hat in beide Richtungen. Und es hat auch Ethernet und nicht irgendwie komisches Kabel oder DSL. Jetzt hier nochmal so ein bisschen was, um das Ganze mal geografisch einzuordnen. Hier in der Mitte sieht man Stuttgart. Unser Hauptstandort in Fallingen ist da unten. Und wir binden Wohnheime eigentlich so im ganzen Landkreis, so in der ganzen Umgebung von Stuttgart an bis halt nach da oben Ludwigsburg und Esslingen und halt noch sehr viele in der Stuttgarter Innenstadt. Dann jetzt mal ein bisschen was, wie unser Netz, so ein Netzwerke technisch aufgebaut ist. Da darfst du mal ein bisschen weitergeben. Ja, also im Groben und Ganzen haben wir Core-Switches und da werden letztendlich alle Wohnheime extra über Access-Switches angeschlossen. Hier sind jetzt mal beispielhaft ein paar abgebildet. Also die sind dann meistens für ein Wohnheim oder einen Teil von einem Wohnheim zuständig. Und ja, an dem Switch hängen dann die gesamten User-Ports, die dann ja über Kupfer direkt in die Zimmer gehen. An dem Core ist das Ganze ja hauptsächlich über 10 Gig Faser angebunden. Was weiß ich auch nochmal zu erwähnen, ist das Ganze ist hier alles redundant. Das heißt, wenn jetzt irgendwie hier zwischendrin irgendeine Glasfaser kaputt geht oder der SFP an einem Ende davon der Laser durchbrennt, ist egal. Es gibt immer Resonanz. Sei es jetzt praktisch über den Switch nebendran oder halt über einen anderen Core. Das heißt, kann auch einer von den Cores, könnte kaputt gehen. Und die Nutzer haben immer noch Netzwerk. Das war jetzt so praktisch der Teil, der praktisch sehr nah an den Bewohnern dran ist, aber da gehört noch deutlich mehr dazu. Jetzt mal hier ein Screenshot von unserer weathermap.definite.de. Jetzt ist öffentlich zugänglich. Sieht man dann praktisch, wo aktuell wie viel Traffic fließt. So ganz oben. Da ist das Internet. Das Internet ist für uns das Bellwürde, das Landeshochschulnetz. Von denen kriegen wir aktuell müssen es, glaube ich, zweimal 20 Gigabit sein. Die gehen praktisch dann auf unsere beiden Waterrouter, Stuwo ST1 und Stuwo ST2. Das steht für Studentenwohnheim in Stuttgart. Die machen schon mal so praktisch so ein bisschen Firewall. Und schwätzen eigentlich hauptsächlich BGP mit dem Bellwür, um darüber, dass wir praktisch announcen, diese Netze, die gehören. Das sind jetzt unsere Netze. Und zu den beiden NAT-Gateways, dazu kommt noch später noch mehr. Und jetzt praktisch jetzt hier sieht man noch unser ganzes Netz aus den Core-Routern. Mit jetzt hier den vier Core-Routern, hier File-Core 1, 2, 3, 4, die in Fallingen stehen. Und dann noch, hier gibt es noch mehr Core-Router. In Ludwigsburg noch einen. In der Heimannstraße noch hier Heimann-Core 1, Heimann-Core 2. Das ist dann praktisch in der Innenstadt. Und dann noch den Core-Routern in der Rosensteinstraße, wo auch noch von uns ein Serverraum-Standort ist. Genau, dann, wie jetzt schon hier angesprochen, gibt es bei uns die beiden NAT-Router. Das sind einfach Linux-Server. Auf denen machen wir die ganze Firewall und NAT für unsere User mit NFTables. Die gibt es auch zweimal redundant. Das heißt, wenn einer umfällt, soll es eigentlich weiterlaufen. Klappt manchmal nicht so gut. Genau, die praktisch die ganzen Regeln dafür. Das sind jetzt halt eben die 230.000 Zeilen. Kommen per Skript aus der Datenbank. Und machen eben, wie gesagt, NAT. Dass praktisch jeder User, egal wie viele Geräte, auf eine einzige externe V4-Adresse genattet wird. Und für V6 braucht man natürlich keine NAT. Da macht es einfach nur Firewall. Dass eingehender Traffic blockiert wird, zufällig explicit freigegeben. Und auch noch so Dinge wie Quota zählen. Das war früher relevant, als die User noch irgendwie Power-Energiearbeit im Monat an Traffic hatten, die sie machen durften, bevor sie gedosselt wurden. Das haben wir jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Und auch wenn ein User gesperrt wird, wird es auch auf NAT umgesetzt. Das heißt, dass dort praktisch einfach alle Traffic, die nach draußen geht, gedroppt wird. Dann darfst du mal mit DHCP weiter machen. Ja, genau. Also aktuell läuft bei uns noch der ISC DHCP-Server, das ist ja eigentlich Industriestandard, zweimal redundant über Failover. Und ja, die Switches sind letztendlich so konfiguriert, dass es ein DHCP-Relay auf die beiden Server gibt und die dann alle User in ihre Subnetze eintragen. Ich meine, aktuell hat jeder User ein Slash-28-Subnetz. Also so, wenn man Netzwerk und Broadcast wegnimmt, sind wir am Ende bei 13 freien IP-Adressen über den Ethernet-Port. Und weil ISC DHCP mittlerweile End-of-Life ist, wollen wir jetzt das eigentlich durch den KEA DHCP-Server ersetzen. Da war ich jetzt die letzten Monate dran, die Migration irgendwie hinzubekommen. War recht spaßig, weil KEA auch noch nicht so super reif ist, wie ISC es aktuell ist. Ja, aber mittlerweile laufen tatsächlich schon die ersten Switches im Testbetrieb auf dem neuen DHCP-Server. Genau, ähnlich wie beim NAT gibt es da auch ein Update-Script, das dann automatisch die Konfiguration aus der Datenbank erzeugt. Das ist aktuell, also mit dem alten DHCP-Server war es 50.000 Zeilen lang, jetzt sind es um die 700.000. JSON halt. Was gut ist, dass er das automatisch erzeugt und einfach nichts mehr anguckt und hoffen, dass es funktioniert. Genau, natürlich der weitere wichtige Dienst ist, dass die User was haben, was sich nach dem Internet anfühlt. Das ist neben der DHCP, dass wir eine Adresse kriegen, auch noch DNS. Das setzt sich bei uns aus mehreren Diensten zusammen. Einmal der Resolver, der praktisch jegliche DNS-Anfragen von Usern beantwortet. Das ist dann praktisch sowohl Anfragen für unsere eigenen Domains als auch für externe Domains. Für die externe Domains ist es einfach ein normaler rekursiver Resolver. Das heißt, wir fragten einfach den Root-Server und dann eben weiter durch. Dafür bräuchten wir keinen eigenen Resolver, könnten wir auch einfach die User auf den von Bellevue verweisen. Was schön an einem eigenen Resolver ist, dass man auch für die internen IP-Adressen, die nicht global geroutet werden, ein schönes Trace-Rot hinbekommt. Wir haben auch durch diverse Skripte, hat eigentlich jeder Switch-Rot bei uns intern einen Host-Namen. Das heißt, wenn man ein Trace-Rot bei uns im Internet im Netz macht, sieht man auch immer schön an den Host-Namen, wo es gerade durchgeht. Der weitere Teil vom DNS ist dann praktisch der autoritative Teil. Da haben wir gleich drei Stück Software im Einsatz. Einmal einen Power-DNS als Hidden Master, der in der Datenbank eine recht umfangreiche View als Backend hat, die sich dann aus allerlei Stellen, wie jetzt von Usern oder anderen Dingen, den S-Records zusammenklaubt. Das Problem ist jetzt, das Ding ist furchtbar langsam, weil wir jedes Mal so eine SQL-Query machen. Das skalierte nicht so wirklich, deshalb haben wir praktisch davor noch einen NSD und einen Bind sitzen, die eigentlich Name-Server sind. Die machen sich dann gelegentlich Zonentransfers von dem Power-DNS-Server und so hat man eigentlich die Last von dem Power-DNS gut weg. Alle Anfragen werden von dem NSD und von dem Bind beantwortet. Dann haben wir für die User noch eine Website. Das ist jetzt nichts Besonderes. Läuft ein Nginx-Server und ein paar statische Seiten letztendlich drauf. Einen Blog haben wir auch noch. Wird aktuell, glaube ich, recht wenig drauf gepostet. Und beides läuft im Kubernetes. Das haben wir auch noch. Da sind mittlerweile, ja, doch ein guter Teil von relevanten Services, wird darauf betrieben. Ja, und für Support haben wir eine Support-Mail-Adresse und letztendlich für alle, die aktiv mitarbeiten, ein eigenes Identity- und Access-Management. Das hat ein Mitglied vor, wie viele Jahren waren das jetzt? Ja, circa acht Jahre angefangen zu programmieren. Das ist, ja, letztendlich eine Python-Web-Anwendung, die auch umfangreichen Datenbank-Zugriff hat. Und dazu kommt dann noch ein Ticketsystem. Haben seit 2003 um die 50.000 Tickets bearbeitet. Also da kommen jeden Tag schon mal so eine gute Menge an. Und es gibt dann halt Mitglieder, die sitzen zu Hause, denken sich, Mensch, ich habe nichts zu tun. Ich arbeite jetzt mal ein paar Tickets ab. Und weil das halt über die E-Mail-Adresse angebunden ist, kommen da auch hin und wieder mal, ja, lustige Spam-Nachrichten an. Und wir haben da auch kein Spam-Filter drauf, weil wir wollen nicht, dass ein Mitglied uns eine E-Mail schickt und irgendwie im Spam-Filter versumpft. Dann haben wir noch so ein paar andere Dinge, die so unter ferner Liefen laufen. So was wie jetzt zum Beispiel ein NTP-Server, der ist halt auch Spam-Resundant, eigentlich nur, weil es einfach war. Der macht halt Zeit für die User, Server-Suite und sowas. Aber haben wir auch so nachgeguckt, der nimmt eigentlich auch nur die Zeit von PTP und verteilt die noch mal weiter. Dann haben wir auch noch einen Netboot-Server. Der ist einfach nur ein TFTP-Server. Da liefern wir dieses Netboot.xyz für die User aus. Das ist einfach so ein kleines Image, über das man irgendwie alles installieren kann. Das heißt, wenn beispielsweise jetzt irgendwie ein User sich irgendwie in Linux installieren will, braucht man nicht irgendwie USB-Stick irgendwie rumhantieren. Einfach am Laden einstecken und kann den Insultat der Wunsch distributen. Und macht auch noch die Firmware-Updates für unsere WLAN-Infrastruktur. Genau, dann gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, wie schon gerade eben angesprochen, WLAN. Da haben wir mittlerweile auch etliche tausend Access-Points im Einsatz. Es ist alles zentralisiert gemanagt. Dann gibt es auch noch für die User noch VPN. dass da auch, wenn sie irgendwo unterwegs sind im offenen WLAN, dort praktisch aus unserem Internetnetzwerk kommen können. Und auch noch für, eigentlich hauptsächlich für externe Vereine, noch ein paar kleine VMs. Genau, jetzt, wie wird es eigentlich zusammengehalten? Da habe ich mal dieses schöne Bild hier. Zentral ist eine Postgres-Datenbank. Auf der operiert so ziemlich alles. Fängt eigentlich so an mit da oben rechts, dem Sieben. Da haben wir eben schon angesprochenen Systemen, mit denen wir unsere ganze Netzwerk- und User-Verwaltung machen. Das heißt, wenn jetzt ein User praktisch eine Support-Anfrage stellt und wir irgendwas zu den User nachgucken wollen, geht es alles über das Siam. Die User können aber auch schon einiges selber machen. Das ist dann im my.sefnet.de. Zum Beispiel, wenn jetzt ein User E-Mail-Adresse ändern will, Bankverbindung ändern will, austreten will oder Ähnliches tun will, müssen User uns gar nicht, egal, kein E-Mail schreiben können. Sie können einfach alles selber auf my.sefnet.de machen. und da ist dann weniger Aufwand für alle. Dann, wie schon angesprochen, kommen aus der Datenbank auch noch die DNS-Tonen rausgefallen und auch noch die Konfiguration beziehungsweise das Backend für den Radioservice auch noch. Das heißt, praktisch, wenn sich ein User bei uns identifiziert, bei WPA2 Enterprise, müssen wir wissen, welcher User das denn eigentlich ist und welches Netz der soll. Deshalb geht es auch alles nochmal über die Datenbank. Und ein sehr wichtiger Teil davon sind dann auch die Update-Skripte, die jetzt hier auf diesem Update-Skript-1-Server laufen. Die laufen so per Cron, zyklisch. Manche alle 15 Minuten, manche nur einmal am Tag, manche nur einmal im Monat. Alle 15 Minuten zum Beispiel laufen die Update-Skripte, die die DHCP-Server neu konfigurieren oder die Switche neu konfigurieren. Das heißt, wenn ein User irgendwo einzieht, muss natürlich auf dem Switch-Port das richtige Netz rausfallen. Dafür gibt es ein Update-Skript, das dann praktisch hingeht und aus der Datenbank die richtige Konfigur für den Switch erzeugt. Für NAT fällt es sich genauso. Und das Update-Skript macht auch das größtenteils ganze Handling vom Geld. Das heißt, die User zahlen bei uns einen Mitgliedsbeitrag von 8,50 Euro im Monat und den buchen wir per SEPA-Lastschrift ab. Und da erzeugt dann das Update-Skript eine Datei, die wir dann an die Bank übermitteln, die die Abbuchungen durchführt. Und das Update-Skript redet auch per API mit der Bank, um dann zu gucken, ob die Zahlungen auch erfolgreich abgebucht werden konnten oder zurückgingen wegen irgendwie Konto gesperrt, Konto nicht gedeckt oder Ähnlichem. Das heißt, wenn man jetzt bei 6.000 Mitgliedern durch immer irgendwie Probleme der Abbuchung, und das will man ja nicht alles irgendwie manuell handhaben. Magst du was dazu erzählen? Okay. Aber das Ganze muss natürlich auch irgendwo drauf laufen. Dafür so als Basis braucht man natürlich erstmal Storage. Da haben wir jetzt schon seit vielen Jahren ZEV am Laufen. Hatte mal davor ein paar andere Dinge ausprobiert, aber das war nicht so wirklich gut. Da hatte man zwischenzeitlich ZEV gehabt mit irgendwie nur drei Serveren. Das war dann auch nicht so stabil. Jetzt haben wir seit einigen Jahren sechs Server an drei Standorten verteilt. Vielleicht nochmal kurz, was ZEV eigentlich ist, für die, die Sie wissen. ZEV ist praktisch ein verteiltes Storage-System. Das heißt, da ist eigentlich praktisch nichts wirklich Zentrales. Das ist alles verteilt. Das heißt, auch wenn man jetzt irgendwie einen Server ausfällt oder so, dann ist es nicht so schlimm. Und das ZEV stellt hauptsächlich bereit die Festplatten-Images für die VMs per ABD und stellt auch noch ZEVFS-Mounts bereit. Das ist praktisch so ähnlich wie NFS, halt nur verteilt. Da liegen dann so Dinge drin, wie zum Beispiel der mirror.defnet.de. Genau, wie schon angesprochen, machen wir natürlich auch Virtualisierung, weil die ganzen Dienste macht ja keinen Sinn, die alle auf dem einzelnen eigenen Server laufen zu lassen. Da haben wir KVM mit LibWirt im Einsatz, ohne jetzt irgendein besonderes Management-Ausnommen wie Proxmox oder so, einfach nur LibWirt.de, das man dann per Wirt-Manager managen kann. Das gibt es auch an jedem Standort einen KVM-Server. Es geht zwar hier redundant, aber wenn jetzt mein Server umfällt, muss man trotzdem hier manuell die VMs auf dem anderen Server neu starten. Vielleicht wird mal Probleme gehabt, dass ein Server auf zwei KVM-Servern liefen. Da hatten halt zwei VMs auf derselben Seite rumgehämmert. Das ging ja nicht so gut. Genau, wir können seit einiger Zeit auch Live-Migration über Standortgrenzen hinweg, dank DGP. Ich kann vielleicht mal später darauf angehen, wenn es mehr Interesse gibt, dass praktisch die KVM-Server per BGP im Netz bei uns intern announcen, welche Server bei ihnen laufen. Das heißt, wenn jetzt eine VM von einem zum anderen Server umzieht, dann sagt einfach der andere Server, ja, diese VM ist jetzt bei mir und routet alle Päckchen davon zu mir. Man braucht nicht irgendwie komische Layer-Zellkonstrukte über mehrere Standorte hinweg. BGP ist das Border-Gateway-Protokoll. Das ist ein Protokoll, um IP-Routen auszutauschen. Wird klassischerweise so im Internet benutzt, um praktisch Routen zwischen verschiedenen Carrying auszutauschen. Aber man kann es auch intern benutzen als internal BGP, um praktisch im eigenen Netz Routen dynamisch zu haben und es nicht Routen manuell auf Switchen eintragen zu müssen. Genau, dann, wie jetzt bei jeder eigentlich größeren Organisation, auch natürlich auch irgendeine Art von zentralisierter Authentifizierung. Da haben wir ganz klassisch einen LDAP am Laufen. Das ist auch wieder redundant per BGP-Endicast, weil einfach bei uns die Infrastruktur dafür da ist, uns nicht mehr nicht aufwendbar aufzusetzen. Das macht dann Singles-Anon für alles, für jetzt unser SIAM oder auch Server, Netzwerkgeräte. Für manches zwischendrin ist dann nochmal eine Free-Radius, weil die meisten Switcher können halt irgendeine Radius und kein LDAP direkt. Da haben wir den nochmal zwischendrin. Und vieles, was irgendwie Web ist, machen wir mittlerweile über einen Keycloak. Genau, um den ganzen Laden noch irgendwie so halbwegs zusammenzuhalten, haben wir auch noch ein paar Dienste für Kollaboration. Das sieht jetzt hier eigentlich so wahrscheinlich das, was die meisten irgendwie heutzutage so benutzen. Eben Wiki, Pad, Git, Cloud, Matrix und IRC. Ja, und die laufen auch alle in Info-Ams und brauchen wir halt, um halt irgendwie bequem arbeiten zu können. Und ich glaube, das war es schon fast. Noch ein paar Sachen zum Monitoring. Dazu kann ich leider nicht so arg viel erzählen, aber nur, dass das Thema gesagt wurde. Wir haben mittlerweile unser ganzes Monitoring eigentlich auf Promisos standardisiert. Das heißt, alles, was wir irgendwie im Monitoring haben wollen, bekommt einen Promisos-Exporter. Die sind auch sehr einfach zu schreiben. Wenn man jetzt auch irgendeinen Dienst hat und davon wieder exportieren will und es noch keinen gibt, das kann man sich halt eben einfach einen selber schreiben. Oder für manche Dinge benutzt man auch so einen Blackbox-Exporter, der zum Beispiel irgendwie pingt, einen Switch per SNMP pingt, einen Switch pingt oder per SNMP noch Dinge abfragen kann. Das Ganze wird dann in dem Grafana, in dem schönen Dashboard aufbereitet und ein Alert Manager schreibt dann irgendwie E-Mails, wenn mir was umgefallen ist und man hofft mal, dass die E-Mails jemand liest. Genau, und das war es dann eigentlich schon. Habt ihr noch Fragen? Gut, dann schon mal vielen Dank an euch beide, wen sind es raus? Genau, gibt es denn noch Fragen von eurer Seite? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Das erwähnte Ansible, ist das Open Source oder plant ihr das noch zu veröffentlichen? Ähm, manches davon ist Open Source, aber vieles ist zusätzlich unsere ganzen Ansible-Rollen oder ähnliches, sind irgendwie so speziell, dass sich dann jemand die Mühe gemacht hat, das irgendwie zu Open Sourcen. Und dann muss man auch immer aufpassen, was schreibe ich da jetzt alles rein in die Ansible-Rollen und was da irgendwie ist Arbeit ein bisschen angenehmer, wenn praktisch nicht alles gleich sofort öffentlich ist. Aber wenn es natürlich irgendwie Dinge gibt, die an dem Interesse besteht, kann man da natürlich gerne wissen und auch irgendwie Skripte und sowas weitergeben. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020